hallo und herzlich willkommen hier auf unserem safety dafty spielstand auf dem daily server haben wir schon mal gesehen das war meins hier wir müssen aber heute gehen wir auf form besichtigung hier so wir fahren hier mal zum es ist immer noch am laden jemand sieht so hier ist er das heißt der flachladform und hier ist der sie untergebracht mit seinem knecht ruprecht als zweiter hingestellt zweites getreidesilo weil kein platz hier ist ja auch nicht schlecht so er hat ziemlich viel mehr als eigentlich gut hingeballert alter schwere hier guck doch mal den reich typ man hier das sind halt die reichen hier er muss auch unbedingt ungefähr würde ich sagen 34 millionen haben kann man auch gucken 3 3 8 hat er ich habe ein bisschen verschenkt hier geld ich brauche nicht zu viel so früher war ja das hier vorne hier kann man sehen irgendwo war die straße ne hier war das rechts von uns hier auf dem feld hat er einfach weggegrubbert und feld gemacht und die farm da drüben eine gute idee kann man machen und da drüben hat er seine produktionsstätte wo er hier die neuen sachen wir produziert hier ne ich glaube er chips hat er hier was hat er noch chips da braucht er was braucht er denn hier noch öl genau sonnenblumenöl oder wie die paletten hier rumliegen ach nee das ist auch eine verkaufsstelle oder was der holz hat er auch hier muss er noch ein bisschen hier haben wir geflasht geflasht hier ne ist ein bisschen neben der drüben ja viel hat er noch nicht sieht von weiten nach mehr aus so wir gehen jetzt mal hier rüber zu mirkett form hier ne hinterer hof gehen wir hier gleich mal neben dem slisi hier rund her und gucken uns das mal an wie das denn hier aussieht ne ist ja ich eigentlich schön gemacht hier ne obwohl sie eigentlich nicht viel gespielt hat hat es eigentlich ziemlich heftig hier umgebaut wir machen wir mal hier das sind alles hier platzierbare sachen und sieht schon geil aus ne also einen haufen bäume hingeballert jetzt hier das hier gehen wir mal hier zum haus ja sieht doch geil aus also hat sie schön gemacht hier ne sieht richtig hier angenehm aus nur hier hat sie keine lampen oder hat sie lampen hier ja schöne unterstände passt eigentlich alles hier zu diesem haus und so ne hier ist der sensor hier ne der klingt immer so komisch aber ist schön gemacht muss ich sagen also wenn man so hier guckt so ne kann man das schon hier so ne kann man geben hier ne gehen wir mal nach hinten da hat sie einfach mal so einen haufen ähm wie heißen die so äh Sirup irgendwas da ne Ahuern Sirup hier hat sie eine Verkaufsstelle hier hat sie gesagt hier hat eine Brücke gebaut ich wusste nicht dass wir ne Brücke haben zum platzieren doch da ist sie guck mal da hat sie da einfach eine Brücke hingeballert kann man machen ne was nicht alles geht da hätt sie da noch die Dings weg grasen können hier so jetzt sind wir drüben da ist sie glaube ich noch dran gewesen hat sie einfach mal hier reingeballert hier was sind das Schafe hat sie da hier da drüben noch ein Getreidelager was eigentlich blöd zum abkippen ist äh Schweine glaube ich hier ne ja hier muss sie auch noch ein bisschen hier ne das sieht ja da muss ich aber sagen hier muss sie schon schön machen hier das ist hier was ist das gewesen das ist eine Lagerhalle ne also ich muss einfach alles irgendwie voll ballern hier ne was haben wir denn hier noch das Lager das ist Hühner da hinten ah hier hat sie das Zeug hier hat sie noch eine Halle hingeballert am am Ding oh da hätt sie aber am besten mal den Boden ein bisschen ne geglättet hier das ist ein bisschen scheiße hier vielleicht macht sie es auch weg wieder ja hier schön am Meer schön wahrscheinlich ich müsste glaube ich vielleicht da hinten um ne es geht ja nicht weiter ne das ist das Ende das ist ja das Ende der Map selber ne weiss ich wo weit hinten oder so eine kleine Insel oder so wäre doch nicht schlecht ja aber es ist riesig ne was man aus dem kleinen Ding hier hinten alles machen kann den kleinen Hof hier ja jetzt haben wir noch einen Hof der frei ist ne der mittlere Hof der Standardhof wo es bestimmt auch irgendwas oder irgendjemand ne der dann mitspielt muss dann den nehmen oder das andere wo bin ich denn jetzt wieder gelandet achso das ist hier ja wieso nicht ne ja also hier ist auch eine Brücke achso alter überall jeden blöden Eck hier ne so dann haben wir hier eine Wiese da kann man nicht ne hier ist nicht so bauen aber wir hätten da hinten gibt es nur wer würde hätte können ne hätte eigentlich noch hier da links ne das ist ja ein Land wo man auch bauen könnte ne so als Reserve vielleicht man weiß es nicht ne da könnte man natürlich auch bauen das Lissi hat natürlich da ui what the fuck was was zum heiligen Henker war das denn das ist jetzt aber hier ein 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 Hobbelbobbel g'si ne oieieiei da hat einer aber nicht geklettet richtig du oieieiei das ist aber ne Schweinerei ne wer macht denn sowas eiii gleich mal den Mapper klopfen so also ja hier ist er äh gehört ja eigentlich theoretisch ne dem Hof 1 ne eigentlich war hier ein Zaun aber der ist nicht mehr da ne das ist ein komisch ah da dafür haben wir hinten einen Zaun ne ja eigentlich wäre der Zaun hier warte ich fahr mal die Kiste weg nicht dass da die Beschwerden kommen hier ähm warte mal das war hier klick mal drauf da da war mal hier irgendwo hat das Lissi das gesehen hier irgendwo hinten ist jetzt der Zaun der hier nicht hingehört siehst du den ja hier war ne das ist ja alles jetzt aber hier der Zaun der gehört nicht hin der gehört woanders hin warum der Zaun hier ist kein Plan ich hab kein Plan der gehört hier überhaupt nicht hin ich hab den auch nicht hier reingeballert das ist jetzt ist ja noch mehr da noch mehr ne hier hört auf das ist eigentlich total bescheuert ne wenn du irgendwo einen Zaun platzierst und dann kommt nur Scheiße raus das ist kacke was zum Teufel war das ach das war der GPS oh nein 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 ich kann mit dem nicht wieder fahren oh nee das ist aber blöd ne hey weil weil jemand den GPS hier eingeschaut ah ich hab ne Idee ich hab ne Idee wir machen den GPS aber raus und dann kann ich auch fahren mit dem Trecker so geht das auch so ich hab ja hier angefangen hier ähm Dings zu machen hier ne ähm Wiese weil wir brauchen viel Gras ne da gibt's dann nachher noch viel mehr Kuhställe hier ne mach ich bau mal alles um auf Kühe die Kuh so aber ich sag trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen das Auto muss noch weg Scheiße wo ist denn das Auto ähm und ich hoffe wir sehen uns wieder ne also bis dann Tschüss